Recycling heisst für mich, die Materialien zurück in den Kreislauf bringen, um so nachhaltige Ressourcen auf unserem Planeten zu schonen. Recycling heisst für mich, alte Baustoffe wieder aufzubereiten und Neues erstellen. Ich habe Schwimmer Recycling gelebt, also ich habe das auch von zu Hause her mitbekommen, dass man Petflaschen, Karton, Zitungen trennt natürlich. Und das ist auch wichtig für mich, das weiterzuleben und so eigentlich auch noch mehr, dass man sich, gerade wenn man so ein Unternehmen arbeitet, noch mehr Gedanken macht mit dem Kreislauf gehen die Materialströme hin und halt auch sieht, wo landet dieses Materialströme, wo man sich dann noch mehr bewusster macht, was man mit dem Recycling eigentlich bewirkt. Für mich ist das absolut zentral, dass ich etwas der Gesellschaft zurückgeben kann und das mache ich auch so mit meiner Arbeit. Recycling ist die Zukunft. Da wird es auch weiterlaufen.